Scheiße, die hat Fächern, Alter, die sind aber fast rot. Hab's ja. Haben die sich einfach da oben mit dem Dings verschanzt, ey. Hab ich mich doch nicht verhört, Alter. Ich hätte gerade gegen das Klavier gehauen. Ja. Schon wieder. Erübt. Oder sind da welche schon drin? Ja, das ist rot. Ach so. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sensless. Das war immer wieder hier und ja, heute gibt es wieder eine ältere Runde mit dem guten alten Micha. Ich habe noch so viele alte Aufnahmen, die ich alle gerne auch noch verschneiden möchte. Gerade, weil es nicht mehr so aktiv gespielt wird von mir. Micha glänzt durch Abwesenheit, Dopa widmet sich New World. Nichtsdestotrotz habe ich noch so viel gutes Zeug aus meiner Zeit, als ich Handshowdown noch aktiv gesuchtet habe. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ja, wir hatten auch wieder einen sehr, sehr schönen Run. Raid, würde ich immer sagen. Aber leider Gottes am Ende etwas unglücklich ausgegangen für uns. War richtig, richtig kacke. So ein Pech aber auch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Sensless. Tschüssi. Ah, bewunderträgig. Mhm. Von links sehe ich schon mal keinen. Und von rechts ist jetzt auch noch nicht. Und von rechts ist jetzt auch noch nicht. Du hast schon die ganzen Heifes auf dem Dach abgeknallt. Oh. Ja. Und zu den Hinweis, hole ich meine Bolzen zurück. Ja. Ich wollte ihn ja morgen oder abend und perischen. Hä? Ist die alte Runde gefallen? Die Bolzen ist weg. Ähm. Ich wollte ihn noch morgen, ne? Okay. Ähm. Manchmal ist das auch irgendwie so, wenn du die nicht schnell genug aufhebst, sind sie weg. Ich hab die jedenfalls jetzt nicht mehr erfunden. Oder ein, zwei Mal hab ich's auch erlebt, dass die irgendwie beim Aufschlag zerbrochen sind oder so, dass du die nicht mehr bekommen hast. Also zurückbekommen kannst. So ein Scheiß. Brauche ich wieder Spezialmunitionen. Ja. Liegt ja auch in jeder Ecke rum. Immer wenn man sie braucht, ist nicht da. Ich meine, ich hab zwar noch zehn Schuss, aber die sind schnell weg. Na. Da oben steht wieder so eine Bitch. Hm. So, jetzt hol ich mir den nochmal Fleisch. Nein. Ah, Alter, wie der Drecksack. Oh, hab ich den Menschen gejagt. Du musst doch hier im Holz irgendwo stecken. Ah. Hier war auch irgendwas. Wo ist es hin? Hä? Hä? Ah, jetzt hier. Ein Holz, oder? Ja, doch, jetzt. Ah, dieses, dieses Gesucher. Und wehe, du stehst einen halben Millimeter zu weit weg. Außen Station? Ja. Aber vorhin, glaub ich, hab ich bei Arden Parrish schon welche gehört. Ach so. Ist der auch noch frei? Ja, dann gehen wir zur Arden. Oh, ein Parcours. Mhm. Selbst kreiert. Nice. Oh. Was? Ne, da war ein Pferd aus. Hat bloß einmal hier schmatzen Klöter irgendwo rechts. Ja. Und gerade außen auch noch welche. Ja. Ich glaube der Boss ist hier. Oh, die Köter? Sind die wegen uns so? Ich glaube ja. Aber ich glaube hier sind Gegner beim Boss. Ja. Ja ist auch schon ein rotes Symbol. Sind schon drinnen. Alter. Ich glaube hier läuft schon einer. Wo war der? Draußen. Oh ja. Die sind beide draußen. Einen hab ich. Sehr gut. Oh ja. Scheiße. Der andere ist draußen. Hat nen Hit? Muss mich kurz heilen. Alter. Dem hab ich so einen Lucky Headshot gegeben. Hast du was geworfen? Ich hab ihn. Zauber. In Springfield hatte der eine Kette gezogen. Haben wir euch mal Medikid? Das war immer noch rot, Matze. Achso. Achso? Ich renne hier fröhlich rein. Dann nehm ich erstmal Medikid von mir. Ja. Wofür hast du ihn denn gekillt? Oh. Warte ich muss erstmal. Ach scheiße. Achtung. Da kommt was. Hier hinten. Okay. Aber das Boss Symbol ist immer noch rot. Hm. Ob da noch welche drin sind? Was hat er für eine Pistole gehabt? Ich meine ich hätte auch auf der Seite hier hätte ich Raben aufgeschreckt gehört. Okay. Da hab ich schon gedacht, hä ist der Typ schon so schnell da hingekommen? Wo war der andere eigentlich? Hier, der wollte gerade reingehen. Na ja, ist immer noch rot. Hm. Oh. Auf der anderen Seite, ja. Wer schlägt denn hier gegen die Tür? Die fetzen sich da vorne. Süden. Ey, über mir. Echt? Glaub ich. Ich glaub ich hab immer mehr Schritte gehört. Mist. Doch, ich hab was zu werfen. Ach, die sind dann oben in diesem Zwischenraum. Glaub ich, würde ich sagen. Ja. Oder ich hab mich verhört und du bist gerannt und ich hab gedacht, das ist über mir. Ist das was sie sehen? Nee, ich glaub da ist keiner. Hm. Da hab ich mich vielleicht verhört. Doch. Oben im Glockenturm. Mhm. Der hat grad runter geschossen zu mir. Scheiße. Oh. Warte, ich hab ne Splitterbombe. Kommt man da hoch? Ja. Ah ja, du stehst ja noch da oben. Ja. Hab ihn. Sehr gut. Ist aber immer noch rot. Sein Kumpel muss noch da sein. Ja. Der wirft grad ne Erstickungsbombe runter. Warte. Der ist immer noch oben drinnen. Warte. Ich hab auch noch ne Splitterbombe. Jetzt geh mal eben fest. Ja. Schmeiß die da oben rein. Lass mich rein. Raus. Ey Alter. Mann. Was machst du denn? Ich wollte raus, damit du rein kannst. Jetzt geh rein. Geh rein. Was? Die ist erstickt. Scheiße. Die ist erstickt durch deine Erstickungsbombe. Ah fuck. Ne, das war sie. Ach so. Die hat nen Hit. Scheiße. Die hat Fächern, Alter. Die ist aber fast tot. Hab's ja. So. Haben die sich einfach da oben mit dem Dings verschanzt, ey. Ja. Hab ich mich doch nicht verhört, Alter. Na. Danke. Bitte. Nee, durch die Splitterbombe ist bei denen Feuer ausgebrochen. Deswegen hat die dann die Erstickungsbombe gemacht. Ach so. So, was nun? Aber vom Gefängnis müssten jetzt eigentlich noch welche kommen. Ja, hier liegen zwei. Der hat nen Uppercut dabei, wenn du willst. Oh. 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 Oh ja. Und ne kompakte Mosin. Oder du kannst ja ne Messingblume haben. Die hat er auch. Uah. Scheiß Putcher steht hier an dem Weg. Ne. Ich nehm. Nehmt die Uppercut. Messing. Aha. Ja. Also hier ist der Uppercut. Und die Mosin Opress. Okay. Ist ja schön. Ich hätte grad gegen das Klavier gehauen. Ja. Schon wieder erübt. Rot. Oder sind da welche schon drin. Ja. Das ist rot. Ach so. Scheiße. Einer hat grad Schatten sich benutzt unter uns. Man kann man auch das Klavier benutzen. Das hab ich aber ehrlich gewusst. Ja. Wenn du drauf haust. Klingen. Klingen Töne. Hat nen Hit. Achtung der kommt. Ist tot. Sauber. Ist aber noch einer da. Was hat er nun von seinem scheiß Klavier. Gehen wir rein und fuck dich an. Oh hier ist ne Lampe. Nein. Schrotflinte. Elf Meter Distanz. Der ist auf der anderen Seite. Er war schräg von hinter mir. Da ist er. Gerade der Auswacher. Ja. 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 Ich bin schon ein Le seemingly ausdecken, Geht. Geht. Zeug. Geht. Ne. Geht. 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 Der ist doch jetzt gerade irgendwo draussen. Ich glaube, der ist da. Sehr schön. Ich habe doch gerade F gedrückt, Mann. Oh, fuck. Wegen dem scheiß Blutungsschaden. Oh, so ein Scheiß. So ein Mist. Hey, so ein Dreck. Ich habe ihn gekillt, habe sofort F gedrückt, damit ich nicht verblute. Ach, Mann. Ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich jetzt. Oh, shit. Scheiße, Mann. Ordentlich Jäger auch mal weggeholt. Ja. Warte, zwei, vier, sechs. Sechs Stück. Aber das war auch fies, ey. Hat mir so viel abgezogen auf die Entfernung. Oh, ich habe einen Apocad. Sauber. Ja, wahrscheinlich, weil ich einen mit der Kildfelle noch erlegt hatte. Ja. Jeder drei Kilds. Super. Jäger Jäger auch ein Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017